Hallo und herzlich willkommen zu meiner dritten Folge in Clash of Clans. Heute werde ich einen Spieler im Clan-Krieg angreifen. So wie ihr seht ist schon mein Armeenlager voll und ich gehe jetzt mal den angreifen. Also wie ihr seht steht es 8 zu 6 für uns gerade. Oh hier greift einer gerade an. Wir sehen uns den mal live an. So. Also der hat schon ganz, ganz viele Schleinreiter. Ist ja jetzt auch egal. Ich gehe jetzt einfach den angreifen. So. Also ich werde hier den hier angreifen. So. Jetzt geht's los. Also drei Blitzzauber hier draufsetzen. Und du siehren. Hoffentlich zerstören. Und hier haben die Drachen die Luftabwehr. Also ich glaube schon. Ja da. Dieser Drache macht hier schon die Luftabwehr jetzt kaputt. Also noch eine Minute und 54 Sekunden. Ja das müsste ich eigentlich schon schaffen. Mal sehen. Ja. 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 wenn hier außen keine anderen Verteidigungen sind? Nein. Ja. Ja, ja. Ich schaffe 100%. So. Drei Sterne für meinen Plan geholt. Ja, das ist schon mal gut. Also er steht jetzt 11 zu 6. Ja, wir gucken mal wie viele Sterne der andere angegriffen hat. Oder geholt hat. Oh, er hat 0 Sterne geholt. Das ist ja ganz gut. Da haben wir unser Clan ja bessere Chancen zu gewinnen. 38%. Ja, war knapp. Ja. Und wenn meine Truppen wieder voll sind, dann werde ich wieder im Clan-Krieg angreifen. Und da werde ich wieder ein Video machen. Ja, und da kann ich Ihnen nur sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss.